Hey! Hey Baby! Willkommen zu Hause! Was ist das? Ich habe ein Labyrinth gewahrt. War das dein Wochenendprojekt? Ich habe mich verirrt. Es ist bloß Pappe. Ich weiß, aber von innen ist es viel größer. Ich gehe in das Labyrinth. Nein! Es ist zu gefährlich. Ich will nicht, dass du dich verirrst. Gehen wir endlich rein! Los geht's! Halt! Es ist größer. Dieses Labyrinth ist riesig. Nicht bewegen! Okay. Alles in Ordnung. Oh. Los, weg hier! Hey! Folgt mir. Was ist das hier? Hufe. Es ist ein Minotaurus. Halb Stier, halb Mensch. Frisst Menschenfleisch aus dem Labyrinth. Es war einfach nur Pappe. Niemand sollte verletzt werden. Wieso hatte ich diese verdammten Fallen eingebaut? Weil es ein Labyrinth ist. Gäbe es keine Fallen, wären es einfach nur ein paar miteinander verbundene Gänge. Egal was das ist. Ich will wissen, warum es Menschen umbringt. Ich will wissen, warum es Menschen umbringt. Ja, ich will sie nie nur verletzt. Ich will sie nur öffnen... Das ist alles aus.